Die Geschichte von Hanf und sein Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit in der Textilindustrie begann nicht mit der Prohibition, sondern früher mit der Industrialisierung. Die ersten großen Dampfmaschinen, die es damals gab, alles große, offene, drehende Teile und für die stellten die starken Handfasern, die sehr langen und ultra starken Handfasern, eine Riesengefahr dar. Und gleichzeitig kam aus den Kolonien die Baumwolle sehr günstig als neues Produkt. Die Baumwolle stellt natürlich gar keine Gefahr dar, weil die ganz kurz, eine ganz leichte Faser ist und sie ist aufgrund ihrer Größelung wahnsinnig leicht zu verspinnen, im Gegensatz zu diesen Bastfasern. Und das war also der Siegeszug der Baumwolle. Der hatte vor allem mit der damaligen Technik zu tun, mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Baumwolle war einfach sehr leicht zu mechanisieren, zu industrialisieren. Bei Hanf war das Ganze viel schwieriger. Aber, also insbesondere die Kriegsmaschinerie hatte ja dann bis Ende des Zweiten Weltkriegs und noch etwas darüber hinaus, einen riesigen Bedarf an Hanf. Und Hanf konnte eben Sachen, die mit Baumwolle nicht zu bewerkstelligen waren, sei es Fallschirme und sonstige Sachen. Hanf war also ganz, ganz wichtig für die Rüstungsindustrie zum damaligen Zeitpunkt. Und als auch dann der Herr Dupont das Nylon erfunden hat, das hat ja am Anfang auch nicht so reibungslos geklappt. Deswegen gab es auch immer wieder dieses Hü und Hott des Verbotes von Hanf und dann der Wiedergenehmigung eben vor allem für die Kriegsmaschinerie und ein Hü und Hott. Und Kampagnen in Deutschland war es ohne Hanf kein Kampf. Und in Amerika war es Hem for Victory. Und letztendlich, wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt, der weiß, dass die Prohibition als solches eigentlich ein wirtschaftliches Unterfangen von dem Herrn Dupont war. Und es wurde damals mit Propaganda und mit Lügen, wurde also die Pflanze in die Drogenecke gedrängt und in die gefährliche Drogenecke. Und ja, wir leiden heute noch darunter. Es ist nicht nur so, dass bei uns quasi keine technische Entwicklung stattfand für diese ja verbotene Pflanze. Es ist auch heute noch so. Wir machen Forschung und Entwicklung mit unserer Tochterfirma. Und wir haben mit großen deutschen Automobilern zum Beispiel zu tun. Und die Ingenieure in diesen Konzernen, die sind überzeugt von der Hanffaser und ihren Anwendungsmöglichkeiten. Und vor allem von der ökologischen Bilanz, mit der sie ihre Fahrzeuge auf ein ganz anderes Niveau heben könnten durch den Einsatz von Hanf. Aber wir haben hier bei uns in Bayern, wo ein Großteil der Automobilindustrie zu Hause sitzt, fahren heute noch Busse durch die Innenstädte, auf die man den Fuß einer Leiche sieht, mit einem Zettel dran und daneben ein riesiges Hanfblatt und Drogen töten, ihre bayerische Polizei. Und dann braucht es einen auch nicht zu wundern, dass dann der Vorstand eines großen Automobilkonzerns sich vor seine geschlossene Entwicklungsabteilung hinstellt und sagt, unsere Marke und diese Pflanze werden nie zusammenkommen. Also unter den Auswirkungen der Prohibition leiden wir noch heute. Und unsere Staaten geben zum Teil immer noch wahnsinnig viel Geld dafür aus, diese Pflanze zu diskreditieren, obwohl sie uns in so vielen Bereichen helfen könnte. Natürlich ist die Motivation da, vor allem weil eben auf der Hand liegt, dass Hanf ja noch für so viele andere Sachen eine wirklich gute Option ist. Und wir in Deutschland, wir haben eben keine Textilindustrie mehr und ich bin keiner von der Fraktion, die sagen, nur wenn wir Hanf als quasi Rohstoff wieder lokal zur Verfügung stellen, dann wird die deutsche oder europäische Textilindustrie wie Phönix aus der Asche aufsteigen. Das glaube ich nicht. Aber wir haben andere Industrien, wo wir weltweit führend sind. Und ob das die Automobilindustrie sind, Windkraftwerke, Turbinen und sonstiges, Luft- und Raumfahrt. In all diesen Bereichen kann Hanf eine wichtige, technisch überlegene und ökologisch einfach notwendige Rolle spielen. Denn wir können ja auch nicht so weitermachen. Und ein Auto kann man abgesehen vom Motor eigentlich fast komplett aus Hanf machen. Das wissen die wenigsten. Und wenn ich aus so einer Pflanze, die wie keine andere auf der Welt in Rekordtempo CO2 einlagert, Wenn ich da draußen vernünftiges und langlebiges Produkt mache, dann bleibt dieses CO2 für dieses ganze Produktleben eingeschlossen. Und ich habe auch kein CO2 freigesetzt bei der Produktion. Das heißt, wir könnten mit Hanf schneller CO2-Werte senken weltweit als mit jeder anderen Pflanze. Ungefähr 30 Mal so viel wie mit Wald in der gleichen Zeit. Es wird dafür viel zu wenig gemacht, um dem Hanf die Rolle zu geben, die er verdient hat. Letzte Woche hat die Bundesregierung zum Beispiel verlautbaren lassen, dass Hanf ja eigentlich wünschenswert ist für Häuserdämmung. Aber Geld wandert an die Styroporindustrie. Wir machen damit nicht nur unsere Umwelt, wir machen unsere Häuser und unseren Wohnraum kaputt. Menschen werden krank und dafür gibt es staatliche Förderung. Und es ist immer ein großer Unterschied, was manche Politiker sagen und was letztendlich gesetzlich beschlossen und getan wird. Und für den Hanf wird nichts getan. Es gibt in der EU bis zu 60 Prozent Förderung für Energiepflanzen. Das heißt Pflanzen, die Menschen ernähren könnten, die aber vergast werden, zu Strom, zu Energie gemacht werden. Und für Hanf gibt es zwei Prozent Förderung im Anbau. Und die Politik wird für mich nur dann glaubhaft, wenn ich das auch an den Zahlen sehe, an den Gesetzen und den Zahlen. Ansonsten können mir unsere Politiker viel erzählen, wie gut sie es mit uns und mit unserer Umwelt meinen. Glaubhaft ist das Ganze für mich nicht. Hanf kann wirklich eine zentrale Schlüsselrolle spielen. Hanf ist ein Unkraut, es wächst vom Äquator bis zum Polarkreis. Und die Einsatzmöglichkeiten sind gigantisch. Die CO2-Einlagerung ist gigantisch. Alles, was ich drauf machen muss, ich muss gute Produkte draus machen, die lange haltbar sind, die ein langes Leben vor sich haben. Und selbst wenn dieses Produktleben irgendwann vorbei ist, kann ich das Ganze downcyclen. Letztendlich, selbst wenn ich es thermisch verwerten muss, dann mache ich nichts anderes, als das CO2, das in diesem Produkt lange eingelagert war, dann wieder freizugeben. Aber kein zusätzliches. Die Klimakrise zu überwinden, tatsächlich. Hanf ist für mich eben nicht nur ein großer Hoffnungsschimmer für die Textilindustrie. Mit der Baumwolle, die ja die Pflanze ist, für die die meisten Pestizide weltweit produziert werden. 60 bis 70 Prozent aller produzierten Pestizide. Und wir reden hier vom normalen Ackerbau mit Getreide. Wir reden von Obst, Gemüse und alles andere. Aber 60 bis 70 Prozent aller Pestizide, die wir produzieren, sind nur für die Baumwolle. Und das war ja für mich ein großer Grund, auf den Hanf zu setzen. Aber Hanf kann eben noch viel, viel mehr. Also, und vieles davon habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt. Und Hanf ist für die Landwirtschaft ein Heilsbringer, weil er ein Bodenverbesserer ist. Und das ist, also die Bauern wussten das früher immer. Dann ging aufgrund der Prohibition, das Wissen wieder kurz verloren, heute, wenn sich heute ein Landwirt dafür interessiert, auf biologische Landwirtschaft umzusteigen. Was ja auch wünschenswert wäre für kommende Generationen und für uns alle. Dann gibt es die Problematik, dass die Böden, wenn die auf einmal nicht mehr die Chemie bekommen, auf einmal sehr unfruchtbar sind und die Ernteerträge wirklich kärglich. Und da hilft Hanf besser als alles andere. Hanf ist ein Bodenverbesserer. Hanf hält das Unkraut zurück, auch ohne Spritzmittel. Und wenn ich den Hanf geerntet habe und ich bringe die Folgefrucht auf dem Acker, habe ich automatisch 20 Prozent höheren Ernteertrag, weil da vorher Hanf stand. Und Hanf ist also ein Schlüssel für die biologische Landwirtschaft. Hanf ist eine Pflanze, die 30 Mal so viel CO2 einlagert auf der gleichen Fläche als ein gesunder Wald. Und das innerhalb eben kürzester Zeit. Und ich kann damit so viel CO2 aus der Atmosphäre holen und ich kann aus der Pflanze so viele Produkte schaffen. Produkte, die auch ein langes Leben garantieren und auch Sicherheit. Also wenn ich die typischen Produkte, die Hanf substituieren kann, das sind zum Beispiel Verbundwerkstoffe mit Glasfaser oder Kohlefaser. Wenn ich mir anschaue, wie viel Energie die Produktion solcher Fasern verschlingt, wie viel davon subventioniert ist, also diese Produkte im Baumarkt oder eben beim Autohändler, die müssten ja eigentlich noch viel teurer sein, wenn man wirklich die Energiekosten dafür bezahlen müsste. Das muss der Verbraucher aber gar nicht. Und Hanf bietet die gleichen technischen Möglichkeiten, was die Festigkeiten angeht, eine höhere Unfallsicherheit, weil er nicht bricht und ins Schrapnells zerfällt, die Menschen verletzt. Da muss man nur mit unseren Rettungsdiensten und dem THW sprechen, was die davon halten, von den neuen Leichtbauautos mit Kohlefaser etc. Das kann Hanf viel besser. Und alles, was wir eigentlich brauchen, ist ein Durchbruch in der Industrie. Aber es ist ganz klar, wo ein Produkt substituiert wird, geht natürlich auch ein Geschäft verloren. Und die Geschäfte mit Glasfaser und Kohlefaser, das sind Milliardenbranchen und die werden sich natürlich auch nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und die sind bestens verknüpft, natürlich in Brüssel und sonst irgendwo. Und ja, so hat der Hanf halt seine Feinde. Die meisten können sich vorstellen, wie es mit der Pharmaindustrie aussieht. Und wir sehen ja momentan das gesetzliche Heckmeck mit CBD. Ja, ein Bestandteil der Hanfblüte, von dem bekannt ist, dass er keinen Rausch erzeugt, nicht süchtig macht oder Sonstiges. Ja, und auf einmal zieht man sich neue Vorschriften aus dem Arsch, um zu verhindern, dass Leute eine billige Behandlung selbst gegen Krankheiten bekommen, vor denen die Pharmaindustrie selbst schon längst kapituliert hat. Aber es darf einfach nicht sein, dass diese Pflanze Erfolg hat. Und ich persönlich, ich muss gestehen, ich war in meinem technischen Bereich der Faser, der Handfaser über Jahre so gefangen. Und ich habe da auch so viele Leute kennengelernt, die Blödsinn erzählt haben. Und vieles, was man auch lesen konnte, nicht nur im Internet, auch in Publikationen, war reinster Humbug zu dem Thema. Deswegen war ich auch sehr vorsichtig, als ich von Leuten dann gehört habe, Hanf in der Medizin, super Sache und so. Das war für mich unglaubwürdig. Und das ist ein Punkt, für den ich mich heute wirklich schäme, dass ich diese Leute so viele Jahre auch gar nicht ernst genommen habe. Und so viel Bedeutung man meiner Arbeit irgendwie beimessen mag, ich konnte doch keine Leben retten mit Hanf. Aber diese Menschen schon. Ja, wie fühle ich mich mit all der Erfahrung? Gespalten. Gespalten. Wie gesagt, es gab von Anfang an schlimme Erkenntnisse, sei es jetzt über die Textilindustrie als solches, über unsere Entwicklungshilfe und so viele andere Punkte. Und was ich festgestellt habe in meinem Leben, ich bin jemand, der spricht die Probleme gerne offen an und aus. Und wenn man zu anderen Menschen spricht und die Probleme ganz klar auf den Tisch legt, dann kommen andere Menschen auf einen zu und berichten von ähnlichen Problemen in ihrem Feld. Und ich glaube, das ist eine allgemeine Krankheit des Systems, die wir da sehen. Es ist eine Abwehrreaktion von den Menschen, zu sagen, ja, bei mir läuft es wirklich echt scheiße. Aber in den anderen Bereichen ist ja alles okay. Man muss es auch glauben, sonst würde man ja auch verzweifeln. Aber wenn man solche Problematiken offen anspricht, wie gesagt, dann kommen so viele Leute auf einen zu und erzählen ihnen ihre eigene Geschichte in Bereichen, wo auch ich selbst gedacht habe, ja, aber da ist ja wirklich alles okay. Das machen wir ja gut. Und in Wirklichkeit ist tatsächlich alles viel schlimmer, als wir glauben. Das ist eine unangenehme Wahrheit. Eine der Kernproblematiken für mich ist die Werbung. Die Werbung, ihre Mechaniken, die sind inzwischen so gut geworden, dass selbst Professoren, die das Ganze als Lehrthema haben, sich dieser Wirkungen nicht entziehen können. Die kennen ganz genau die Mechaniken, die ablaufen im Kopf, aber letztendlich funktioniert es wie eine optische Täuschung. Auch wenn es du weißt, es ist eine optische Täuschung, es funktioniert. Und das ist auch das Problem, das wir mit der Nachhaltigkeit haben, nicht nur in der Textilindustrie allgemein, aber das sogenannte Greenwashing funktioniert einfach so gut. Ich weiß nicht, ob jemand damals diesen Bericht gesehen hat über diese solche Mode-Bloggerinnen aus Schweden. die von einer NGO in die Produktionsländer gebracht wurden, von den Klamotten, die sich da so angehimmelt hatten. Und die Mädels sind da in Tränen ausgebrochen, als die da in Bangladesch gesehen haben, wie mehr oder weniger gleichaltrige Mädchen da arbeiten mussten und unter welchen Bedingungen. Und die Mädchen, die waren dann keine vier Wochen zurück. Und dann habt ihr dieses neue Teil bei H&M gesehen, ein Must-Have. Ja, und es ist eben einfach, der Mensch ist zu einfach gestrickt. Wir lassen uns einfach zu leicht hinters Licht führen, zu leicht täuschen von der Werbung. Und das ist auch der Problem mit unserer Politik. Unsere Politik ist nichts anderes heutzutage als Werbung. Und es wird überhaupt kein Wert mehr gelegt auf Inhalte. Das Konterfei muss möglichst oft in den Medien zu sehen sein. Und man muss nur ab und zu ein paar schöne Worte sagen dürfen. Und dann ist der Inhalt der eigentlichen Arbeit kein Gegenstand mehr leider heute. Werbung ist für mich das Kernproblem unserer heutigen Gesellschaft. Tatsächlich. Ja, die Herausforderungen für die Modebranche, die hängen natürlich auch zusammen mit dem Problem Werbung. Denn was hilft es uns, was hilft es der Natur, wenn wir es schaffen, die Produktion der Bekleidung nachhaltiger zu gestalten, aber trotzdem die Menschen Unnötiges kaufen ständig. Ware, die einmal oder gar nicht getragen wird und dann in den Müll wandert. Da hilft natürlich die beste Nachhaltigkeit in der Produktion nichts, wenn an diesem System nichts geändert wird. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das bedeutet Verzicht. Verzicht für diese Konzerne, die genau wissen, wie leicht sie ihre Kunden damit beeinflussen können und wie einfach es ist, eben Menschen dazu zu verleiten, etwas zu kaufen, das sie gar nicht brauchen. Ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung. Alles andere ist technisch und ist machbar. Es wird, es wird, die zweitgrößte Herausforderung ist sicher die soziale und gerechte Löhne in diesen Ländern, aber das wäre auch kein Thema, wenn wir eine funktionierende UNO hätten und Politiker, die das meinen, was sie sagen oder was sie vorgeben zu meinen. dann wären diese Probleme alle zu bewältigen. Aber wie bewältigen wir das Problem mit Werbung? Ich glaube, ja, das wird eine gigantische Herausforderung für zukünftige Generationen, denn wie gesagt, selbst eine Ausbildung in der Schule und die wäre, glaube ich, bitter nötig, dass Schüler lernen, wie Werbung funktioniert, wie automatisch sie darauf reinfallen. Aber selbst wenn man es weiß, gegen gewisse Mechaniken können wir uns mit unserem Gehirn, so wie das strukturiert ist, einfach nicht zur Wehr setzen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.